Eieiei, was liegt hier rum an Leichen? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. War das gerade meine Felgen? Ja. Naja, eh noch nicht. Wir machen heute weiter mit Trevor und Radale. Ja, die zweite Radale haben wir ja. Die ersten waren die Hinterwälder, die zweiten waren die Vargos und ich weiß nicht, was jetzt das dritte als nächstes kommt. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Wir haben ja davor noch Nigel bei der Führung von Aldi Napoli geholfen und davor mal bei George das alte Haus abgefackelt. Also, Trevor hat heute sich einiges gemacht. Das muss hier noch irgendwo sein, ne? Ja. Ja. Was ich raten, Bayer, Bellas? Ja. 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 Die Vargos. So, wir sollen wieder 25 Leute töten. Da kämen wir doch hin. Ja. So, jetzt ist er natürlich irgendwie wieder überlebt. Ich weiß nicht. Ja. 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 Oh, wir sind jetzt raus. Nein. Ich weiß nicht. Ja, ich dachte mal, ich nicht. Nein, mit hin schalten, bin ich nicht. Auch der Kismar der Kismar der Kismar der Schrift ist nicht. Die Aush osül culp true es flamingars werden mit Jarren der Ap Toni. Meिze das nicht. Simar. Sehr schönsermachen, betらulangt. So, jetzt haben wir ein paar Stück. Boah, hat er. Hier, nimm den. Ich habe mich schon 22. Jetzt finden sie noch drei Leute. Und die Zeit gut halten. 24. Wie viel noch einer? Komm. Da, 25. 25. so erledigt so aber 50 Gegner war nicht machbar also Händen Show machen wir schon hier aber naja wie du mal sein gut dann haben wir das auch erledigt haben wir noch eine monominalen Mission offen mit unserem Freund aber nee doch oben ach gut dann müssen wir aber Napalito Bay zurück da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf was haben wir denn als nächstes was haben wir hier Marianne ok dann gucken wir mal was unser Freund äh Franklin so treibt mit dem haben wir nämlich auch schon lange nichts mehr gemacht so da machen wir heute weiter mit unserem Freund Frank Franklin was haben wir denn als T das haben wir nicht gerade Tonja ok das ist B ist Barry und das P ist wahrscheinlich Beverly ja und da oben noch eine freie Münch Mission ok dann war die ist nämlich jetzt am nächsten dran könnte jetzt hier den Laden kauf kosten der verkaufen das schlagig smoker und da gehört uns der wäschende sie gewinnen wir läßt sich auf 9300 ok Immobilie gekauft. Wir haben eh genug Kohle. So. Haben wir noch immer ein Auto stehen? Ich würde gerne... Ich hätte gerne... So. Genau. Tonja ist die nächste Mission. Jaja, ich... Brauche dich anrufen. Dein Auto bist du los. Oh, du gehst runter. Oh, oh. Move. Nein, nein, big homie. Oh, die Masse. So. Nochmal hier. Ach so, wieder so. Unser zufälliges Ereignis. Ups. Ups. Joa, ich hab... Mal gucken, was wir bei Tonja erwarten. Ob da wieder was kommt. Tonja? Ist Tonja nicht eigentlich tot? Hab wir die nicht irgendwie mal erschossen? So als nebenbei. Wir haben schon lange keine Hauptmission mehr gemacht. Wir sind jetzt, glaube ich, in der fünften Folge der Aufnahmen und wir haben noch keine Hauptmission gemacht. Naja, ist egal. Ist ja auch nicht schon... Äh, nicht heute tragisch. Oh. Hey, Boo. I knew you couldn't stay away. What's up, girl? No. Oh. Oops. Fuck! Fuck! Goddamn! Upsi. Habe ich jetzt einfach erchancen? Toller, hey. Das war nicht mal die Absicht. Habe ich will was draus probieren. Ich will mal gucken, wie wiederkommt. So. Gut, Tonja. Das war mir derjenige auch freiwillig, sorry. Wir fahren mal zu Barry. Ah, das ist die Mission. Ich glaube, Barry ist doch der Typ, der auf dem komischen Markplatz da sitzt. Mit dem, wo er mit Trevor die Clowns hat. Und Micah waren es die Aliens. Mal gucken, was bei Franklin der Fall ist. Normalerweise war das hier. Aber das ist ein Stück weiter. Genau, das müsste eigentlich die letzte Mission sein. Ich frage, was fehlt der denn? Barry, baby. Ich meine, es wäre der. Moin. Genau, der ist das. Das müsste ja die letzte Mission mit ihm sein. Geh raus, was er mit Franklin. Ich bin bereit, um ein Martyr-Friend. Alter, der Zug. Was wäre jetzt? Was wäre jetzt? Woher hast du das? Woher hast du das? Woher hast du das? Das ist schweig. Das ist schweig. Insofern, einfach das Stück. Es ist eine Revolution. Und dann kenne ich mich. Wahnsinn. 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 San Andreas, ich brauche dich. Ich werde dir, wo das Stück ist. Geh schnell, bevor jemand dich sieht. Und schau dir vor den Kampfs. Und die Monster. So, die Mission. Gut. Ich frage, was will der jetzt bei mir? Wir haben keine weitere Mission auf dem Schirm, ne? Oder müssen wir jetzt warten, bis der SMS von ihm kommt. Doch, wir haben noch eine weitere Mission. Und zwar diesmal wirklich Tonja. Diesmal werden wir uns auch nicht bedrohen. Diesmal werden wir uns wirklich... Gut. Dann dachte ich mir, Barry hätten wir noch mal so eine Mission, aber... Ja. Äh... Ich dachte mir, wir hätten noch mal so eine Mission, aber wir haben sie tatsächlich nicht mehr. Ach, die steht hier unten, die Karre von ihm. Ja. Das war quasi nichts für. Ich konnte da nicht füllen. What the hell? Warum gab's? Was hab ich getan? Was hab ich gemacht? Oh, gut. Was ist denn, Tonja? War die nicht hier? Warte mal. Oh, die alte verschwindet immer wieder, ne? So, diesmal hier mal da. Was haben wir denn als nächstes? Hm. Gut, Tonja können wir gerade nicht mehr gerade nicht machen. Wir hätten noch eine Hauptmission. Aber wir hätten noch so eine Mission. Aber wir haben noch keine Nachricht bekommen von Barry, ne? Wenn man vom 2.4 spricht, dann müsste es eigentlich schon mittlerweile sein. So, die Fahrzeuge. Oh, dann den Fahrzeug mit einem Geheimversteck. Findest du denn auf der Karte? Ich sammle diese Fahrzeuge für Barry. Haben wir die irgendwie? Ja, da unten sind zwei markiert. Dann haben sie nur zwei, ne? Wenn ich richtig sehe. Oder hab ich noch? Hab ich jetzt mehrere? Ne, es sind zwei. Okay. Hm. Genau, ich wollte eigentlich noch was an. Mal gucken, was Beverly, was wir vor uns hat. Mal gucken, was der gute Beverly, Beverly, was wir uns hat. So. Ei, ei. Ich kann nichts dafür. Ich war es nicht. So. Okay. Ja. Hier war alles scheiße. Ich bin der einzige der normal für... Hau ab, Mann. Äh, wo ist er? Da ist er. Ja. Ja. Oh shit, I gotta tell you, this is me believable. Fuck, crap, that hurt. Man, you're not gonna leave this thing, want to do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big, I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I leave, huh? Good. Yeah, boy, oh yeah, boy. Except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dawg. Oh, come on, dude, come on, homie. All right, look, if you get a chance, right? I mean, there's no rush, okay? Oh, you know what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, whatever, man, all right. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. I'm good, I'm good, I'm okay, wow, everything's good. Gut. That's why they're not always from me. I thought, we had to go to the mission. Barry had just a couple things involved. Tonya, she always pisses me. Und der, der hat jetzt auch scheinbar nix für uns. Dann fahren wir wieder. Ah, lecker um hier. Wenn die sich jetzt nicht hoffentlich wieder verpissen, äh, wenn die sich jetzt nicht wieder verpissen. So, und dann machen wir's doch mal. Uh, das war knapp. So, eigentlich will ich die ganze Tonnenremission machen, aber da kommen wir nicht zu. Weil irgendwie mag die uns scheinbar nicht, dass sie jetzt mal wieder verpissen. Oh, äh, deswegen tragt den Helm am besten. Äh, was war das für ein, ach so, 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 so ein Anhalt da. Auf jeden Fall steht sogar noch ein Auto. Oh, weil der dir komische Tuppel steht, kann ich mir, kann ich das Auto jetzt nicht suchen. Leck mich doch am Arsch! Das hier verpissen sie sich immer, wenn die so zufälligen Ereignisse sind immer wieder kommen. Ich will mal Tonja mal besuchen. Aber die scheint uns tatsächlich nicht... So, die können... Ja, ich hab mir ja von jetzt hier gekannt. Hey, Boo! Ich wusste, du konntest nicht weg! Was mit dir kaputt? Tyni! Tyni! Hast du niemals verpasst deine raggedy bitch-ass? Fuck you, Lamar! Ich meine, Franklin, oder... Whatever! Everybody auf dem Block weiß, du konntest auf Bindwood und sch***! Well, sch***, wenn ich von Bindwood, das bedeutet, dass ich nicht zufällig, wie 1992, dann sch***, ich schuldige als sch***. Punk-ass! Was? Bitch-ass! Entschuldige mich? Sch***, ich entschuldige. Aber wo ist deine Liebe für die Hütte? JB ist nicht gut, er braucht Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe, sch***. Wir werden alles verletzt. Okay! Was muss ich tun? Das gleiche wie vorher, Boo. Ein bisschen Hilfe mit dem Fahrzeug. Nichts für einen realen Mann, wie du. Okay! Du gehst dich zusammen, deine Scheisse sind verrückt. So. Ich vergeht schon wieder viel zu lange. Ich hab hier geparkt, erster Linie. Ich bin mit dem Auto gerade zu dir angekommen. Das haben wir so klar. Ah ne, das ist der Polizeipackplatz. Da ist es schwierig. Ja. Ach, wieso warte, die Folge ist eh schon lang genug. Wir machen das in der nächsten Folge. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei GGA5.